Ah! 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 Ah, Junge, der hat so weh getastet. Oh, warum? Okay, jetzt müssen wir mal mit Tempo gehen. Mit Tempo, mit Tempo, komm! Es wird Zeit für die erste richtige Challenge hier auf unserem Brotatos Fußballplatz. Aber natürlich keine normale Challenge, sondern eine richtig crazy Challenge. Genauso crazy wie unser ganzes Projekt hier Fußballterrasse. Deswegen spielen wir nicht einfach normal Fußball, das ist ja viel zu langweilig. Sondern wir spielen auf 1000 Legosteinen. Die haben wir allerdings noch nicht. Ich glaube, wir müssen die kurz kaufen. Ah, hier. 1500 Legos. Lego. Aber ich will noch das hier. Da sind wir wieder, Leute. Sogar 1500. Oh, Plastik. Ja, das müssen wir jetzt erst mal verteilen. Geil. Wie willst du denn von Legoland? Sooo. Sooo. Alter. Junge, hast du dir überhaupt mal Gedanken gemacht, wie wir das hier wieder aufräumen? Nö. Junge, das sind 1500 Legosteinen, ne? Digga, das wird zu wehtun. Kann sich unser Zukunfts-Ich drum kümmern. Okay. Okay, bevor es losgeht, müssen wir natürlich noch die ganze Arena aufbauen. Das sieht mir gar nicht gut aus. Ja, Junge, es ist so heiß und es tut so weh. Ja, die Legosteine sind sehr heiß. Auf jeden Fall bauen wir jetzt erstmal die Bande. Bevor wir jetzt mit dem Video anfangen, ihr seht, das Stadion steht. Wir haben auch unsere Banden schon. Will ich aber noch einen besonderen Ehrenmann auf die Bande packen. Als ich den Kommentar hier gelesen habe, ich konnte nicht anders, als ihn auf die Bande jetzt zu packen. Und zwar der Quentin hat geschrieben, da habe ich auf die eine dreckige Bande, bin selber dreckig. Und deswegen kommt der Quentin jetzt hier auf unsere broken Bande. Auf die dreckige Bande. Sieht man das? Tatsächlich relativ sauber aus auf der Kamera, aber sie ist for real durchgenässt und dreckig. Ist wirklich broke und deswegen kommt der Quentin hier hin. Auf Ehren-Buder-Basis. Quentin, du hast es auch geschafft. Wenn ihr auch auf die Bande wollt, lasst einfach einen Kommentar da. Vielleicht schafft ihr es auch auf die Bande. Und wir starten so langsamer mit dieser schwärzhaften Lego-Challenge. Wir wollen euch jetzt nicht länger auf die Folter spannen. Holzi, bist du ready? Was machst du denn da? Ich will noch ein bisschen zusammenbauen. Guck mal, ich baue mir hier gerade ein kleines Häuschen. Ja. Sieht geil aus, oder? Ja, kann man schon einziehen. Alles klar. Und für jeden Like, auf das ihr hier auch dieses Video gebt, packen wir beim nächsten Mal noch einen Lego-Stein hin. Das heißt, wenn ihr da eine Fortsetzung sehen wollt, wird es beim nächsten Mal noch schmerzhafter. Aber jetzt muss ich erstmal den Bauarbeiter-Style zu Ende bauen. Okay, baue mal, Bruder. Aber übertreibt nicht mit den Likes, der ist jetzt schon schmerzhaft. Wir sagen ein Spiel bis drei. Man sieht auch, wie man überhaupt spielen kann, das ist zu crazy. Und wer als erstes drei Torrat gewinnt, let's go. Okay, Schnick-Schack-Schnuck-Seitenball, würde ich sagen. Das kann entscheidend sein hier. Okay. Oh, wo ist die Sonne? Okay, ich gehe da auf die Seite. Dann spielst du auch das Tor? Genau. Okay, dann werde ich auf jeden Fall auf den Ball über den Zaun hauen. Okay, hier, bitteschön. Okay. Fangen wir an. Oh, Junge. Das ist nicht möglich. Junge, Junge. Ich muss einfach dazwischen laufen. Irgendwann wird's dich erst ein bisschen... Ah! Verteilen. Ah! Oh! 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 Oh, Junge. Hier. Oh! Das ist doch so heiß, Digga! Oh! 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 Oh, Junge! Oh! Okay, okay. Alles noch easy! Oh! Oh, Ok! 1.0. Heißt so, heißt nix. Ich hab nix gemacht, zwei, ich hab mich nur angeschlossen. Ich kann nicht mehr. Okay, komm, doppelt passen mit Emanuel. Ehrenmann. Ich kann mich gar nicht bewegen, ich kann gar nicht mehr machen. Junge, je schneller man läuft, desto schlimmer wird es irgendwie. Ich zieh schon wieder. Nein! Meins? Die Leute weg, das sind geil. Oh! 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 Bande retten! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ah! Ah! Junge, du hast so weh getan! Oh! Was war das, Digga? Junge, das war gar schmützeig! Die paar tun richtig weh! Junge, nimm mal mehr! Nimm mal ein bisschen auf dich! Oh! Oh! Oh mein Gott! Was? Wie kann das sein? Ah! Junge, du schreitest die ganzen Dinge zusammen! Ich bin komplett geizend krank! Ah, mein Knie! Wenzel, komm schon! Mach was! Ah! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Sorry, Mann! Nein! Oh mein Gott! Weißt du, es ist kein Spaß hier. Es tut unheimlich weh. Macht's am besten nicht zu Hause nach. Boah! Ich schwitze auch noch! Okay! 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 2-1! Nee, 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 nee! Das war, was meine Verkrieg ist. Nimm wieder! Ah! Hat sich ein bisschen einen Schmerz... Ah! Nicht so ganz gewöhnt. Uh! Oh! Du kannst noch hier rum, Alter! Ich kenn dir einen Schmerz! Oh! Ah! Ah! Oh Gott! Junge! Das war's ja lang! Nope! Er hat mich schon wieder! Nein! 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 Ah! Ah! Warum? Okay! 2-2, Freunde! Lass mich hier raus! Ich muss hier raus! Bye! Have a great time! I'm falling! 2-2! Ihr wisst Bescheid! Letztes Tor macht's! Ah! 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 Mein Rücken! Nein! Das war die Chance, Freunde! Ich hätte sie nutzen müssen! Nein! Der war nicht! Der war nicht! Ich denke nicht! Nein! Was? Der war 100 Meter drin, oder nicht? Ah! Ne! Was machst du denn hier die ganze Zeit? Oh! Nein! Ah! Ah! Ah, Junge! was ich verspricht? Ja! Aua! Nein! Diemana Kumpel! Hallo! Wilson! Wir sind nicht schlimm! Time out, time out, ich kann nicht mehr, meine Füße, alles, alles tut weh, irgendeiner hat sich so richtig in meinen Fuß reingeworfen. Ihr seht, wir sind am Ende, Leute, wir sind auch noch 30 Grad, ey, wir sind am Ende, lasst mal ein Like da, wenn ihr Bock habt auf ein Turnier, man könnte es 2-2 machen, 1-gegen-1 Turnier mit den Boys, dann machen wir es auf jeden Fall nochmal und dann holen wir auch noch mehr Legosteine, oh ja, auf jeden Fall, für jeden Like ein Legosteine, vergesst nicht auf die Bande zu kommen, indem ihr kommentiert und wir sehen uns im nächsten Video, lasst ein Abo da, bis die Woche, wir sind tot, ciao.